Die bewegen sich ja, von Fleck zu Fleck. Oh, da kommen sie. Können wir direkt drauf? Ich geh drauf? Ja. Boah, hat er aber gerade richtig riesig gemacht, ey. Ich hab gesagt, anderen Scheiß auch. Das ist gut, er kriegt Kiel-Akku bei den Viechern. Ja. Und jetzt kriegt er noch ein anderes Problem. Und er kann sich jetzt nicht bewegen. Hier, Bruder. Nice. Oh, ein Hydrax wieder. Da ist er wieder. Hab ihn. Da kommt sie mit. Oh, fuck. Ich hab kein Dings drin, kein Riese. Ja, Scheiß-Kack-Fiech geht auf mich. Äh, ich komme. Bin da. Oh, jetzt krieg ich keinen Schaden. Der steht jetzt aber. Ich muss jetzt laufen. Ah, fuck. Komm, wir zünden mehr. Wir looten hier. Hab ihn. Nein. Hier geht gleich unsichtbar. Er hat hinten von mir... Er müsste von mir gehütet worden sein. Ja. Er ist hier nur genockt. Er ist hier nur genockt. Wir müssen hier die Viecher machen. Ich kann nichts machen. Ja, ja, ich sag's nur. Warte, warte jetzt. Gut. So, jetzt schnell looten. Komm, 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 komm. Nicht oben her, nicht oben her, nicht oben her. Nimm den. Kannst den nehmen. Jetzt. Der hat mich gesilenced. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Ich wollte das für dich nutzen. Boah, der hat den mega leck. Geh auf den, geh auf den, geh auf den, geh auf den. Scheiße, ich helfe dir. Vorsicht selber. Weiß ja nie. Folgt den oben jetzt. Oh, das sind zwei Heiler. Ne, äh, Schwert und Heiler. Uah, ganz eklig. Wir haben noch Bubble. Soll ich mich angehen. Komm, komm, komm. Du musst den Heiler bitte rausfokussieren. Mach. Sauer, Heiler ist tot. Ah, dieser Spell, der dauert einfach zu lange. Das ist kein Sofortcast, in meiner Meinung nach. Das hat eine Kanalisierung von mindestens 0,5 Sekunden. Ach, so beschissen. Abgemounted, hier von mir. Ja. Zwei. 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 Ah, das sind wieder die gleichen. Machen weniger Damage. Ja, ich hau gerade ab. Ja, ich hab sie jetzt. Ich hab sie jetzt beide. Ich hab sie beide. Sehr gut. Ich nehm mir einen. Den anderen. Oh, da kam, da war meine, meine Scheißwirbel mit mal richtig safend, oder? Weißt du, schon diese Woche halt auch? Geil. I like that. I like that. Oh, hier ist einer. Den krieg ich. Hab ihn. Da kommt sein Maid. Oh, da kommen viele Gäste und Haar. Ich renn weg. Ich komm weg. Ich bin weg. Oh, jetzt kommen sie ja allein. Ja. Aber ich bin, ich komm weg. Oh, es sind noch mehr. Ja. Komm, wir gehen wieder ins andere Hellgate rüber. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde immer noch, es wäre von so vielen Leuten verfolgt. Ja, egal. Einfach durchlaufen. Ja, einfach durchlaufen. Guck, siehst du das, was hinter mir her ist? Einfach durchlaufen. Ja, zurücklaufen. Oh, mein Gott. Die Kacknoobs. Oh, MG. Diese Kacknoobs. Diese Kacknoobs. Einfach aufmauchen, Mann. Tschüss, Bruder. Die Kacknoobs. Vielen Dank.